Nacht. Dann versuchen wir wohl gleich mal zu fliehen. Aus dem Sacred Hope Hospital. Das stimmt. Okay. Versuchen wir das? Keine Ahnung. Das stimmt. 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 Vor allem, ist der überhaupt noch da? Arbeitet der rund um die Uhr, oder? Der muss ja auch mal irgendwann heimgehen und schlafen, denke ich. Das stimmt. Das sieht so falsch aus. Aber es könnte funktionieren für einen Moment. Mal schauen. Ich muss nur durch die drücke. Tja. Das stimmt. Das stimmt. Also wäre schon mal der Plan. Genau andersrum. Kameraspiegel verkehrt. Hier Rucksack holen. Hier raus, oder wie? Und dann? Was im Badezimmer noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Das ist nicht screwed in. Das macht wahrscheinlich jetzt aber ein bisschen Lärm. Können wir den jetzt rumschlagen? Das wäre jetzt mal vielleicht so mein Plan. So gemein wie der ist. Das macht aber auch wieder Lärm. Raus kommen wir jetzt wahrscheinlich immer noch nicht so besonders gut hier. Und den Rucksack haben wir dann auch nicht. Ich weiß es nicht. Das waren unsere Nachteile. Bitte erst mal um Medizin. Jetzt hat er es eh nicht besser verdient. Das ist die dämlichste Idee aller Zeiten. Aber es ist vielleicht immer noch besser als da vom Fenster Vorsprung runter zu fallen. Und wir haben keinen Rucksack. Ich kann da nicht hinsehen. Ich kann nicht überfallen, weil das jetzt irgendwie ein Bug ist. Weil Kreis zurück und Wichter überfallen ist. Wie soll ich denn das jetzt machen? Moment, ich gucke mal, ob das irgendwie ein Bug ist, der vielleicht wieder weg geht, wenn ich das Spiel irgendwie neu starte. Ich drücke hier mal Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gelesen und gesehen, wie man es machen kann. Ähm. Joey haben ja, könnten wir uns um Hilfe bitten. Er wird sogar machen, was ich nicht gedacht hätte. Allerdings nur, wenn wir bei zwei Punkten eine andere Dialogoption gewählt hätten. Ähm. Und vor allem habe ich gesehen, wir können zwar den Nachwachmann umschlagen und dazu müssen wir hier Kreis drücken. Aber wir holen auch den Rucksack, wenn wir jetzt einfach hier rausklettern. Und deswegen mache ich das jetzt. Wenn wir den trotzdem wieder kriegen, dann mache ich das lieber so. Mit etwas weniger Aussehen und etwas weniger Straftaten. Nein. Scheiße. Ich habe jetzt aus Versehen gerade einen Button gedrückt. Und leider den falschen. Doch, wir sind bereit zu sterben, besser als in den Knast zu gehen. Also raus mit dir. Ja. Ja, ist es das ganze, diese komplette Situation, dein ganzes Leben seit einem halben Jahr. Ist einfach nur verrückt. Ja. Jetzt mach das dann direkt, okay. Entschuldigung, kurz niesen. Das machen wir lieber nicht. Ach klar. Dann gucken wir eben weiter nach unten, wenn das nicht so funktioniert mit dem Umgucken. Wenn ich jetzt auf halbem Weg nochmal zurückgehen soll, die Entscheidung war sowieso getroffen. Gut, dass hier ein Fenster offen steht. Und dass das nicht gesichert ist. Okay. Das ist doch die Tür nicht noch hinter dir zu. Das macht doch Krach. Das ist doch bescheuert. Ja. Dafür muss man schon brutal Eier in der Hose haben. Ich mein, wir kommen eh in den Knast. Was soll noch passieren, wenn der uns findet. Viel schlimmer kann das nicht werden, aber dann kommen wir auch nicht mehr hier weg. Bleib doch noch länger da stehen. Der kriegt sowas von Anschissen, den hat er sowas von verdient, weil er uns kein Aspirin holen würde. Das Gerüst macht auch eine Menge Lärm, wenn man da an den Fenstern vorbei rennt. Das ist... das ist Finn. Keine Ahnung. Was... Was ist er hier? Finn? Finn? Hey! Over hier! Holy fucking shit. Keine Ahnung. Sean, was du hier machst? Ich versuche zu bail. Sonne of a bitch. Ich wünsche, dass ich dich hier kenne. Ich könnte mich aufhören. Shit. So... wo ist Daniel? Ich kann dir nicht sagen, Finn. Aber ich werde ihn zurückbekommen. Gut. Ich blöde dich nicht mehr, dass du mich nicht mehr vertraust hast. Es ist meine Schuld, dass du hier bist. Dass die aber auch so blöd war, beim FBI nicht das Notizbuch genauer zu untersuchen und das zu sehen. So... ... ... ... ... ... ... ... Oh, weil ich dich verpfiffen hab. Oder eher in die Pfanne gehoren hab. Ich versuch's. Sie hat ja scheinbar zumindest schon mal ganz gut geklappt. Jetzt klauen wir noch ein Auto. Obwohl wir nicht mal fahren können. Sind hier nicht überall Überwachungskameras. Punkt 1, warum man sein Auto immer abschließen sollte. Wenn es nur ein anderer nicht tut, ist deins vielleicht gerettet. Hoffentlich eins mit nem vollen Tank. Aber wir müssten ja noch 1400 Dollar haben. Das müsste ja mal reichen, um ein paar mal tanken zu gehen. Nur sehr auffällig. Das ist ja genau so. Oldschool nach Karte fahren, muss man erstmal noch lesen können in der heutigen Zeit. Halt doch einen schlafen paar Stunden, wenigstens ist da eine Decke in dem Auto. Aber wenigstens sind die Straßen leer, dass die Gefahrenunfall zu bauen und denen ein anderer involviert ist zumindest etwas geringer. Musik 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 Der Tank hat gut gehalten, auf jeden Fall sind wir scheinbar schon mal in Nevada. Das würde ich landschaftstechnisch vermuten. Musik 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 Und jetzt fahren wir einfach so weit wie es irgendwie möglich ist mit dem Auto. Musik 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 Ich weiß noch, dass wir in irgendeinem Punkt durch die Wüste gelaufen sind. Musik Und ich glaube dann habe ich nicht mehr weiter gespielt. Musik Jedenfalls nicht mehr viel weiter. Musik 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 Zumindest sind hier keine Verkehrsüberwachungskameras, die uns verfolgen können. Musik Ob sich Joey insgeheim gefreut hat, dass wir weg sind. Musik Ich denke ja mal, so wie ich das jetzt von den Videos hier verstanden habe, dass jetzt ungefähr 24 Stunden rum sind und wir eigentlich jetzt auf dem Weg zum Gericht sein sollten. Musik Ja. Musik Bin ich auch nicht davon ausgegangen, ganz ehrlich gesagt. Musik Musik Ach, wäre gesünder für dich, wenn du nicht rauchen würdest. Das ist aber gut. Wenn es dich glücklich macht. Musik Pulotis kann jetzt Grand Theft Auto zu meinem Haus Ja. Musik Vielleicht gefühlt ihr das Auto. Musik Ja. Ja. Zu erledigen. 8. Mai. 8.45 Kinder absetzen. 10 Uhr Nachuntersuchung im Krankenhaus. Mittag bis 13.30 Uhr Mittag mit meinem Göttergarten. 14 Uhr Miss Gotts Röntgen Bluttest. 15.30 Uhr Kinder abholen. 17 Uhr Nachtschicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, also auf jeden Fall war hier das Krankenhaus und hier ist Haven Point und genau umgekehrt für euch. Nein, eigentlich. Moment. Weiter geht der Finger nicht, dann hört die Kamera auf. Dann ist es eigentlich gar nicht so falsch. Ähm. Okay. Rucksack. Haben wir die 1400 Dollar nicht mehr, die wir illegal erarbeitet haben. Sonst könnten wir das scheiß Auto ja auch einfach irgendwo tanken. Achso. Okay, das Auge müssen wir versorgen. Deshalb kann man den Rucksack öffnen. Sei froh, dass du so schlau warst, es mitgehen zu lassen und die Eier hattest. Ich hätte mich das gar nicht getraut, direkt vor dem Wachmann das noch alles einzupacken. Vor allem, dass das so da rumgestanden hat, hat mich schon gewundert. Okay. Ja, ich würde mich auf den Joey hören. Das ist eine Schlaufe. Das ist ein Schlaufe. dann schlafen wir mal eine runde ich würde mich auf die rückbank legen ehrlich gesagt und vor allem hoffen dass keine bullen einen anhalten weil das glaube ich ja illegal ist so im auto irgendwo zu schlafen in amerika bei uns weiß ich gar nicht jeden fall riecht das irgendwie nach ärger auch wenn hier keiner ist aber vielleicht habe ich doch einfach nur irgendwas im hinterkopf nein alles gut gegangen sehr schön umso besser aber 100 pro wird jetzt der tank leer der hat schon verdammt lange gehalten eigentlich der becher bleibt auch da oben so stehen ach so das ist noch ein rückblick ich bin auch am outzonen also eher wieder ein tag trauen ich bin stolz das glaube ich noch mehr der dialog mit der umarmung hat bestimmt auf den ersten teil bezogen bei der way boy talk what's going on with that chin huh you know going okay i guess that was like pulling teeth well i've got a week to find out the truth it's just i don't get to see her too much kind of miss her oh you're hooked my son don't worry this is how it goes so 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 it goes ob das auch durch den vorigen gesprächsverlauf jetzt beeinflusst wurden so so okay so 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 Das ist doch Ärger. Verdammt. Ich habe mich sehr schwer. Schau, ich gehe, okay? Ich gehe, oder ich gehe die Polizei. Du willst nicht. Ich gehe jetzt. Jetzt! Du bist leer? Ich habe gesagt, raus! Wir brauchen keine Autos, um mit assholes wie du, wie du. Listen, ich will keine Probleme. Too late für das, Junge. Also erzähl uns, was du machst auf unserer Land? Ich... ...drove für so lange... ... ich musste nachdenken, um ein Rest zu haben. Ich versuche... ... ich hatte keine Ahnung, das war dein Haus. Es ist ein schweiges Zeichen. Du siehst nicht? Ich... ... war zu verabschieden. Ich glaube, ich verabschiede es. Er ist nur ein Kind, und er ist verletzt. Ja? Was ist mit deinem Augen? Ich... ...ein accident. Oh, ja? Uh-huh. ... und er ist mit dem, was du? Ich will einfach gehen. Oh, was das? Ja? 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 Ich glaube, das wäre so oder so nicht gut für uns ausgegangen. Mama. Hm? Wahnsinn, Pedro. Okay. Oh, warte mal, wo ist das Zeitfenstern? Ich wollte mich nicht entscheiden. Ich habe einen Spruch, was ich? Ich habe einen Spruch, was ich? Also, ein weiteres Spruch. Wie sagen Sie, »This ist nicht mein Land«?« »Fuck auf!« »This ist mein Land«?« »Hu-Hu-Wee!« 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 »Hu-Wee!« 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 Ich mach's mal, wenn's dafür vielleicht was bringt, hoffentlich. Ich mach's mal, wenn's die Wunderschön, wo du bist? Ich frage mich, was du sein? Ich frage mich, was du? In den Hügel und in den Meer? Ein Diamant von der Welt? Geh, genug! Dein der Junge endet die Liste. Geh, weiter. Geh, weiter. Strecita, ¿dónde estás? Le pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrecita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡No! 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 Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao! ¡No! 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 ¡No!